Moin und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Trouble in Tourist Town Heute mit GameTaddy Kim, Playgestalt, MSC und ich Alles klar, kurz in meinem Schaus Hallo, ja moin, läuft bei uns Ja moin Wenn die sterben ist GameTaddy Okay, die Map ist scheiße groß, stell dich mal so fest Die ist echt riesig, ja Hey Wow Okay Die wird gesnappt Hä, das war doch die, die was wir... Die hatten wir doch schon mal, oder? Nee, die hatten wir noch nicht Die hatten wir noch nicht Die hatten wir wirklich noch nicht Die sehen alle so gleich aus, ne? Naja, also die auf den... Nein, die hatten wir noch nicht Dein Wunder sieht gleich aus Alles klar, kurz in kurz Alter Ja, was soll man diese passiv-aggressiven Behauptung? Passiv-aggressive, was? Das ist sehr passiv-aggressiv Das sieht scheiße aus Das ist so richtig typisch deutsch, passiv-aggressiv Für mich ist das passiv-aggressiv Wenn du sagst Die Map ist verwirrend Die Map ist riesig, Alter Die ist echt krass Ah, da seh ich doch mal jemanden Hallo Fritz Alter, guck mal da hinten, wie weit weg der ist Der Markus ist abartig Hallo Alter Also ich... Ich würde mal behaupten, das ist so eine Map für... Sniper? Zwei, drei Leute Nein, nicht Sniper, fürs M24-Rifle Aber ich habe noch keins gesehen Ich auch nicht Ach... Ach... Oder für den Newton-Launcher Das ist natürlich auch prädestiniert auf der Map Das wär lustig Alter, da kannst du ja die Leute so runter... Schups... Schups... Kannst du auch mal mit Acroba Ja, aber... Oh Gott, ich bin da... Tschüss... Lebt wohl... Was warst du? Scheiße... Ja... Ich schätze mal Patrick ist runtergeflogen Oh, hey Detektiv... Detektiv Game Teddy Ah, ich habe eine M24... Nice He, Freo? Ja... Ganz ehrlich, wo ist hier die... Pumpgun? Das geht doch so nicht Jede Map ist eine Pumpgun-Map Ja, genau Alter Geht hier aber einige schon wieder WTF, Alter, wie riesig sind diese Maps Wahnsinn Die ist geil, aber... Wo seid ihr überhaupt? Ihr habt doch nicht einen gesehen Ja, ich hab schon... Zweimal welche gesehen, aber... Seh die Leute mal, dann geh ich zu denen und dann geh ich wieder weg Nice Hast du gut gemacht Ich seh MSC Ich seh Eye-Touch Das ist schlecht Eye-Touch, Eye-Touch Wart mich auf Bolle, der hätte mal sagen sollen aber Trader war oder nicht? Naja... Das wär eine gute Idee gewesen Aber ich glaub der hatte keine Zeit mehr dazu Nee, ich glaub auch nicht Hey, hey, hey Hey, hey, hey Jo, klar Wirf die Plastik Wenn ich sterbe... Hey, Eye-Touch, 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 Eye-Touch Ist doch so ne Tauben-Map irgendwie, ne? Du... Alter... Oder so... Ich hab mich gefühlt Ich hab mich gefühlt gerade ganz kurz wie so ein Bauarbeiter in New York damals als die Hochhäuser runtergezogen runtergesprungen sind runtergesprungen sind Und dann hab ich irgendwie den Hype verloren Wer kennt sie nicht? Die Bauarbeiter in New York, die immer... Nein, ich sterbe im Vordergrund Ich muss schnell zum Mittagspause Ich hab's doch geschafft Ich bin... In der letzten Sekunde bin ich runtergefallen Nice Es waren zwei Sekunden und dann bin ich bei Null aufgekommen und dann mal respawnt Na toll Ach so ein Glück gehabt? Ja Ey, wer läuft da hinten? Ich versuch mal... Wer ist denn Traitor? Markus, bist du Traitor? Oh nein, mein Todesort Nein, bin ich nicht, aber... Wer ist denn da hinten? Kim, 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 Kim Eye-Touch Ich versuch... ich versuch dir mal Lichtzeichen zu geben Eye-Touch, Eye-Touch, Eye-Touch Eye-Touch, Eye-Touch, Eye-Touch Bei Nachtmaps... Eye-Touch Irgendwer grad scheiße auf mich geschossen, oder? Ich hab auch was gehört Ja, ich... Wo? Leichter bis mittelschwerer Schusswechsel Leichter bis mittelschwerer Schusswechsel? Leichter bis mittelschwerer, ja... Na, alles gern Oh, ich hab Angst Warum? Jo, rät schon wieder mit Granaten rum Ich mein, ich... Ah, geil Kann sein, dass ich gleich tot bin Disco, Disco! Okay Party, Party Mach hier grad irgendwie Parkour... Wow! Wow Okay Zwei Discos hintereinander Ja Wenn ich sterbe, ist gleich sterilt Oder... Game Teddy, der steht nämlich hinter dir Ja Da bin ich Guck, guck Die Beamster Game Teddy Sicher? M24 Rifle Oh, nice Ja, die ist hier gar nicht mehr so schlecht Das stimmt wohl Oh, hallo Oh, lol Hä? Hä? Ich hab ihn nicht getötet Hä? Hä? Könntest du jetzt mal anfangen, einen Satz zu bilden? Also, ich bin auf ihn zugegangen Auf wen? Ein blauer Blitz hinter mir vor Und er fällt um Der Flash? Und dann guck ich drinnen, dann ist ja Traitor Locker, der Sein Traitor Kollege wollte mich töten von hinten und er hat dann vorbeigeschossen Oh, der hat den Newton Launcher Achso, das war der Newton Launcher Hä? Hat er versucht, den Newton Launcher zu... Oh Oh Halt, 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 halt Wie ist er gestorben? Ey 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 Was soll denn das? Ihr habt auf mich geschossen Ich hab das Ding einfach abgeschossen Was tut ihr? Lass mich in Ruhe Ja, gut Dann Verbuchen wir das alles, ähm Ey, ich bin immer noch so verwirrt, wie er gestorben ist Wie er und eh Wie? Bist du gestorben, Game Teddy? Vielleicht hat er selber den Newton Launcher Ich werd, ich werd abgeschossen Von wem? Ich hab nur noch 55 HP Ah Von MSC Hi Nein Ich bin's nicht Tschüss Bei der Traitor war es so gut Bitte sagt er so Alter, schläfst du noch? Wollen wir sagen, nein Ich bin's nicht und dann wegfliehen Okay, Freero, ich glaub ich hab einen großen Fehler gemacht Ich bin mir langsam nicht mehr sicher Oh, da unten liegt er noch Okay So, ähm, nein Wo ist Kim? Hier Ah, ich seh Kim Auf der Map Warum bin ich mir eigentlich sicher, dass du es bist Okay, so dumm könnte kein Traitor sein, du Du bist denn das Boah, ich bin fast runtergefallen Alter Wollen wir denn jetzt? Ein knapper Der Bolle random kill da war ja auch wieder Da, der hat aufm Deck aufm Deck Hat Bolle in random kill wieder rausgehauen Ja Da, 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 da Du Wow Fällt er? Ne Alter, was war das für ne Scheiße? Hä? Ich lebe wieder, Alter Ich bin nicht mehr runtergefallen, du hast mich beschossen Ja, ich hab ne ich Was, was läuft dir schief mit euch? Ja, wie zu, einiges Ne, Freero, ich, ich vertrau dir Ja, ich vertrau dir auch Keiner weiß wer wer ist und es wird hier wild random wieder Nein, nein, wir wissen das eigentlich alles Was ja genau Bolle sein Ding, aber okay Wo ist, wo bist du denn, Kim? Äh, irgendwo in nem Haus drinne Er schießt irgendwie auf Nein Ach, mann Ich hab's zu gefährlich Wir lassen das denn zu Ach, da Fick dich Alter Kann man da auch mal treffen Oh, ein Moment Hochzeitpause Was? Alter, Kim, ne? Ey, was denn? Ey, du warst fünf Kilometer vor ihm Und ich schieß ihn in den Rücken und treff mich Ja, Alter Ich treffe ja klar Ich war so verwirrt Ey, Kim hat mich einfach abgeschossen Ja, es war voll schaffst nicht dahinter Ihr Mann, ey, er hat einfach durch mich durchgeschossen Alter Aber, Alter, schon so gut Ja, das ist so gut Random Kill zu machen ist so gut Alter, ist das jetzt so Random Kill, du fängst an zu schießen Komm, komm was, du reißt schon aufs Eck Und ich schieß halt dich ab Ja, genau Ich dachte auch, dass es E-Touch war, weil er angefangen hat zu schießen Alter Ich hab überhaupt nicht geschossen Nein, gar nicht, ich hab doch gesehen, wie der Schuss rauskam Alter, der war so unschuldig, da stand da einfach nur ohne Alter, ihr seid so bescheuert Alter, ihr seid so bescheuert Ey, das ist echt, ihr seid richtig Also, stark Stark Alter, wir sind falsch Alter, schau, du bist vorhin noch gute Laune Dead Ring hab ich gehört Ja, der Kann ich bestätigen Kann ich bestätigen Ey, Markus, hab ich geschossen oder hab ich geschossen? Ey, ich sag's was Markus, hab ich geschossen oder hab ich geschossen? Nein Hab ich geschossen oder hab ich geschossen? Du hast dich geschossen Danke Ey, boah, was für ein Vögel, ey Ab sofort, ich wollte nur noch Mr. Random Kill, echt Nein, aber auf mich würde es nach, das Schuss ist neben mir eingegangen Okay Also, kann man es eigentlich nur gleich lassen? Ich wurde geswappt, ich bin innocent Ah, Patrick Ach, ja, das ist doch die Quatsch Oh, nicht Ich hab nur ne Pistol Patrick ist safe Ja, toll Tim, bist du tot? Ja, er wurde wahrscheinlich vom Twitter-Kollegen geswappt War toll Eintouch? Ja Ja Hm Herr Patrick Herr Freyroll Was ist mit dir? Du könntest ihn jetzt eigentlich machen, das Spiel war echt gut Freyroll ist es nicht Oh, ich hab dich vertan, war doch eigentlich anstrengend Oh, fuck Nein Weg hier Ich hab keine Waffe Für den A-Kampf Musst du kurz nachladen Ja, vor allem, ich meine am Anfang, Patrick ist es, Patrick ist es, Patrick ist es Patrick ist es, Patrick ist es Patrick war safe gecalled und ich hab gesagt, ich bin genug, aber sonst Ich hab keine Waffe Keine Gescheiter Mann Hattest du den Disco? Ähm, ne, ich glaub nicht Aber das kann sein, keine Ahnung Ach, Leute Der Super Disco ist ja eigentlich auf der Map auch noch mächtig, oder? Nee, der hatte ja nicht so einen großen Karmus Nee, die hatte keine Ah, stimmt auch wieder Das war eine große Sprengkraft, aber das war es halt auch, ne? Hm Ähm Wenn du halt unter einem bist und die dann droppst und so und der checkt das nicht, dann ist es natürlich nicht schlecht Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey Piu So Kannst du mal aufhören, bitte? Danke Hier wird kräftig Ball ab Ich hab dich wirklich geballert So wie gestern Geben noch alle? I don't know Ja Warte Maybe Äh, ich wurde gerade abgeschossen und ich bin auf 21% runter Und das kam von hinten, also ich glaub das war ja Was? Alter, ein Scheiß war ich das? Glaube Das war Kim Scheiß, ich weiß es nicht Glaube, Glaube, Glaube Glauben ist nicht Wissen, mein Freund Ja, wie doch gesagt Tudelü, Tudelü Ach, halt die Schnauze Wuuuut 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 Hat er das gerade wirklich gesagt Was? Was? Das du nicht runter springst? Ja Nice Oh, Frego auch Hey, Playgestalt Alter, blöd sind alle auf einem Laufen Hallo Patrick Das ist ja unfassbar Das ist ja unfassbar Das ist ja unfassbar Das ist ja unfassbar Ja, ja, okay Ja, ja, okay Frego daaa Umfassbar daaa Kim, wo? Kim? Ja? Ja Mündungsfeuer Mündungsfeuer, okay Mündungsfeuer, genau Mündungsfeuer Ich werde beschossen Althats dreht sich nicht mal um Er läuft einfach stur weiter Er denkt sich einfach nur Nö, nö Hast du ihn beschossen, oder was? Ich hab... Althats, hast du Schaden genommen? Nein Siehste Ich habe in deine Richtung geschossen, Althats Schmeckst du jetzt auch ran wie Bolle Ich wurde geschossen Bolle Kim? Aha Bolle ist tot Wow Er stellt sich tot Na das Wow Alter Kim Oh Oh Thomas Was war das? Thomas Playgest... äh 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 Teddy war es nicht Thomas Hä? Warum? Hab ihn gesehen? Das ist Bolle, oder was? Ah, hier, Dick, Eye-Touch Ah, toll Hä? Hä? Ja, also ich weiß nicht, ob Playgestalt tot ist oder nicht Kann sein, dass er sich nur tot stellt Äh, Frego, zielst du auf mich? Ich zieh gar nicht whoah Okay Dadana Dadadada Bom, Bomm, Bomm, Badadada ители Ja, wer ist es, hä? Na gut, wahrscheinlich Teddy, ist es Teddy? Nee, nee, nee Doch, doch, doch Nee, nee, nee Das ist eine krasse Unterstellung Ja, ich bin tot Nice Läuft Ey, schon wieder Schon wieder hast du dich von der Leiter runtergekickt Was soll denn die Kacke? Oh, komm, Kim Oh, komm, Kim Jetzt habe ich einmal eine Runde on point gehabt, weißt du, ey, jetzt musste ich einfach mal einen machen Ja, ich glaube auch Na gut, ich bin auch nicht gestanden, ne Nein, ich meine Bolle, zum Beispiel Achso Ja, gut Will ich gespawnt? Das war eins, nicer Kill Zumindest von meiner Warte aus Sehr gut, Kim Alter, ich hoffe, du nimmst es mir nicht böse Nö Alter, das riecht nicht schlecht gelaunt War ja nicht so random wie andere Sachen Alter, hör auf rumzuholen Echt Alter Alter Für Eintouch ist der Target versaut Das ist so, Eintouch hat keine gute Laune mehr Noch nicht Vielleicht wird sie noch besser, wenn er jetzt Traitor ist und alle weg macht Boom Hallo? Oh, cool, was ist das denn? Nee, die Waffe Ja, gut funktioniert Der Sterbe ist gleich gestuhlt Sorry, gleich gestalt Jetzt soll ich dich allein schon wieder dafür erschießen Erschießi Plasma Inzidente 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 Inzest Ey, 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 MST, MST Das ist Eintouch Alter Das war klar Eintouch hat ihn gemacht Der Kartoffel-Aiming, oder was? Ich hab's gesehen Warte, hier einer Frero ist tot Eintouch ist der andere Warte mal Frero hat Du hast zuerst Frero confirmed Frero hat Eintouch gemacht Die beiden lagen direkt aufeinander Nein, 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 warte mal Aber du hast zuerst ihn gemacht Und durch die Durch das wurde ja der Tod von Dings bestätigt Von Eintouch Also hat Frero Eintouch gemacht Wer hat dann Eintouch gemacht? Nein, ich hab die Lagen beide direkt nebeneinander Beide zusammen gerade confirmed Markus? Ja? Ja, aber trotzdem Es wurde ja in der Reihenfolge angezeigt Eintouch hat Frero gemacht Und ich hab in dem Moment gerade Eintouch gemacht Nein, nein, einer muss ja Frero Zuerst wurde Eintouch gemacht Ja, Eintouch hat Frero gemacht Nein, zuerst wurde Eintouch von Frero getötet So, wer hat jetzt aber Frero getötet? Das ist die Frage Alter, ich stand doch zwei Meter daneben Und hab beide direkt dann confirmed Eintouch hat Frero Und ich hab dann direkt Eintouch gemacht Weil er low war Wurde aber so angezeigt Oben Weil ich erst zu einer Leiche Und dann zu anderen gegangen bin Die liegen direkt nebeneinander hier Nein, wenn ich irgendwen erschieße Und man confirmed mich So, dann wird Der Tod Den Das ist doch nur bei Traitor Wenn ich den Traitor confirmere Wäre die Innocent auch confirmed Nein, das ist auch bei Innocent so Zwei neue Hatten wir vorher auch schon Also ich truste jetzt gar keinem hier Also Ja, das ist ja auch gar nicht mehr so schlecht Wo ist denn überhaupt die Leiche von Eintouch? Warum hat die keiner weggemacht? Da hat die einer weggemacht Die hat hier auf offenen Feld Ja, dann schmeißt sie runter So, Leiche hat sorgt Also aus meiner Sicht Könnt ihr zwei euch machen Ja, ich würd's machen Aber dann hast du da random Ähm, äh Patrick Labadie, Labada Ups, es hat sich ein Schuss gelöst Kurz niesen Patrick Ja, ja Ich lebe noch Okay Ich dachte mir, er hat dich abgeschossen oder so Hätte ja sein können Ja, was? Ja, ich könnte nicht hoch Ups, das wird knapp Game Was? Siehst du auf mich? Darf ich nicht Darf ich nicht Oder was? Nö Ich kann sogar in deine Richtung schießen Alles klar Patrick? Okay Game? Ja Ja Ich bin gut Ich bin auch hier Genau hier Ich bin auch hier Ich bin nicht Ich bin auch hier Was knistern Ja, Bolle, ist es doch Patrick? Ja, Bolle, ist es Wo ist er? Äh, auf dem einen Ende der Map, Alter, keine Ahnung Kartoffelnäming ist auch Bolle Alter, was für ein Fall Oh Gott, da kommt der Nächste Ah, nein Oh, verdammt Komm, wer noch hat er Nein Nein Ja, eigentlich, Alter Schwere Schwere Geburt Kim, dein, dein, dein Du warst schon richtig Ja, ja, eben Vermute Aber dass das Sorum auch konfirmt war mir nicht neu Äh, war mir neu War mir nicht neu Ja So, wer war dran? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Guckt bei allen anderen auch vorbei Die anderen, die es gibt Also, äh, ja Ähm Social Media ist in der Beschreibung verlinkt Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao, ciao